Man braucht kein drittes Auge, um zu sehen, was du für diese Leute getan hast. Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksdecke. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Wir haben ein Level abbekommen im Stream und da habe ich glatt mal einen Punkt investiert in lokale Anführer. Das heißt, wir sind ein Level vorangeschritten seit gestern, weil wir sehr viel gebaut haben, haben wir ein ganzes Level gemacht. Und da habe ich alles in den lokalen Anführer gesteckt, damit wir Läden bauen können. Und als ich die Läden fertig hatte, habe ich festgestellt, ich habe keine Siedler dafür. Das heißt, wir müssen noch warten, bis wir Siedler dazu haben. Wir haben acht Leute. Ich würde gerne auf zwölf gehen am besten. Und hier wird dann demnächst in den nächsten Streams eine Siedlung entstehen, hier auf diesem sehr kahlen Fleck. Mein Gebäude muss sich ein bisschen abreißen, weil ich nicht genug Holz hatte. Das hier ist mein eigenes Bett. Das heißt, das Ding wird wahrscheinlich komplett recycelt werden und hier hingestellt werden. Ich bin gespannt, wie ich das mache. Es wird schöner aussehen, Freunde. Es wird schöner aussehen. Das kann ich euch versprechen. Und Aussichtsplattformen wird es natürlich auch geben und so weiter und so fort. Damit wir nicht einfach so angegriffen werden. Und dann läuft ein Händler. So, soweit ich weiß, haben wir gestern auch im Stream diverse Sachen abgelegt, sodass wir das jetzt nicht mehr machen müssen. Ja, ja. Gut, sieht gut aus. Und damit würde ich sagen, gehen wir wieder zurück nach Good Old Neighbor. Hieß das so oder? Good Neighbor hieß das, ne? Good Neighbor hieß das. So, wir sind da ja noch nicht fertig. Aber ich bin ziemlich tot, weil ich höchstwahrscheinlich gerade runtergefallen bin. Deswegen werde ich noch mal kurz eine Stunde schlafen. So viel Zeit muss sein. So. Ah, sehr schön. Dann wollen wir mal zurück. Good Neighbor. Wo ist Good Neighbor? Das muss hier unten irgendwo gewesen sein, ne? Good Neighborhood. Oder Good Neighbor. Da werden wir uns heute noch mal ein bisschen umsehen, bevor wir rausgehen. Und den nächsten Teil der Radiosendung anhören. Wobei, das können wir eigentlich jetzt schon machen. Ich meine, wir gehen ja sowieso in das Lagerhaus rein und bombardieren die da ein bisschen. Von daher dürfte das eigentlich kein Problem sein, dass wir uns mal die nächste Sendung anhören, ne? Wie die Geschichte weitergeht. Ähm, ich weiß, dass der Lagerraum, den wir betreten haben... Genau, das war der hier, ne? Da war's der hier? Einen von beiden. Naja, hören wir uns erstmal die Radiosendung an, ne? Die Straßenbostensheimsucht lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen. Er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist... Silver Shroud. Heute, im Versteck des Roboters. Ja, im Versteck des Roboters hören wir uns jetzt mal an, aber... Äh, seltsamerweise... Ging das gerade im Lager, es ging jetzt nicht mehr, hm? Ein bisschen seltsam. Das waren alle. Wir haben die Mafia-Bots von Fettsack Fahey zurück in die mechanische Hölle geschickt, die sie ausgespuckt hat. Ganz richtig, mein hitzköpfiger Held. Scheiße, wo kam das denn her? Sie waren höllische Roboter. Ja, aber nicht die von Fettsack Fahey. Er selbst hat's uns ja erklärt. Jemand anderes ist in Wahrheit... Der Meister hinter all dem. Du hast recht. Aber wer... Werdeste Herren der Mysterien. Wir beide kämpfen seit Jahren gegen die Schurken von Boston. Das hier ist jemand, den wir noch nicht kennen. Bam, bam, bam. Aber welcher kriminelle Könner hat das weiter... Es reicht ein bisschen zum Bau solcher Uhrwerken, Bunnholde. Es wird davon scheitern. Okay, die Radios sind gestoppt einfach. Wir wissen gar nichts. Na, füricht. Aber ich lerne dich schon. Und ich werde es euch auch verraten. Unter einer Bedingung. Bei den Schattenstraßen von Zaufey. Einer der Köpfe der Mafia-Bots. Kann doch reden. Ich spüre meine Beine nicht mehr, weil du mich echt zerlebt hast, Schraub. Aber meinen Mund, den hab ich noch. Also verwende ich ihn auch, um ruhig zu sagen, wo der große Boss ist. Boss sagt Hallo. Und deine... Eine Bedingung. Ihr nehmt meine Kopf weg. Damit ich zusehen, haben wir den Wissenkerl erledigt. Und was hat er denn je für mich getan, oder? Okay, er hat mich erschaffen. Tolle Nummer. Ein Vater der meine Kinder zum Strahle-Schick. Ich spüre, dass dieser mechanische Missetäter die Wahrheit sagt. Soll ich... Mit deinem Schwert von Beste dem Mafia-Bot den Kopf abschlagen? Tu es. Süße Freiheit! Danke, Puppe! Also raus damit! Wer ist dein Schöpfer? Welcher Marionettenmeister hält deine Kabel in der Hand? Sprich, du enthauptetes elektronisches Ägnel! Aha! Wo wäre denn da der Spaß? Das müsst ihr euch schon selbst ansehen. Los, Bewegung! Ab zum großen Lagerhaus unten bei 412! Gut, du amoralischer Automat! Los geht's! Eine mondlose Nacht und ein unbewachtes Oberlicht. Genau das, was wir für die Infiltration dieser Lagerhalle brauchen. Ja, und unser Ausblick von oben ist optimal. Denn die Versammlung unter uns ist extrem extravagant. Roboter, Dutzende, in allen Formen und Größen. Und auf dem Podium, ihr Anführer, ebenfalls ein Roboter. Nein, kein Roboter. Ein Mensch in einem Roboter-Kostüm! Psst, klappe! Ihr Dufbach! Roboter, hören wir ganz gut! Wollt ihr noch Blut erwischen? Hört jetzt gut hin! Der Boss hält eine Rede! Meine Roboter-Kinder! Meine glorreiche Hörnfung! Heute beginnt ein neues Zeitalter! Zu lange schon zerstört der menschliche Abschaum von Boston diese wunderschöne Stadt! Das Fleisch ist schwach, aber Stahl! Stahl ist stark! Ihr, meine Kinder, werdet eine neue Ära einleuten! Eine Ära der Roboter! Angefällig von mir, eurem Vater, dem Mechanisten! Der Mechanist! Also hat das Böse tatsächlich einen Namen! Die Revolution beginnt heute Nacht, meine liebsten Nachkommen! Aber vorher begrüßen wir unsere Ehrengäste des Abends! Silver Shroud und die Herren der Mysterien! Wie geht es weiter mit unserem tapferen Helden? Nächste Woche findet ihr es heraus in der nächsten spannenden Folge von Silver Shroud! Oha! Äh, na gut, Freunde! Hier hat Galaxy News Radio, ein hundertprozentiges Tochter! Ähm, ich hab vergessen, äh... Oh, gedämpft! Ähm, meinen Ton lauter zu stellen! Ich werde also höchstwahrscheinlich das Ding hier schneiden müssen, was, äh... Das Video höchstwahrscheinlich ein bisschen, äh, später zu euch führt! Weil sonst hört ihr ja wirklich nichts, was da gelaufen ist! Und ich muss den Ton unbedingt lauter stellen! So... Aber ich denke mal, das wird sich lohnen für euch, denn damit ihr die Geschichte weiterhören könnt! Äh, wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ihr die Hälfte der Geschichte gehört habt! Und jetzt quasi, äh, der Ton zu leise war und weiterzuhören! So... Verstellbare Schraubenschlüssel! Das heißt, ich werde heute auch nicht, äh, allzu lange machen! 30 Minuten wird das Maximum sein! Damit ich alles nochmal ordentlich zusammenschneiden kann! Sonst dauert das zu lange! Das nehme ich mit! Ja, und, äh, das war's mit der Erklärung, was, äh, warum, äh, das Video so spät kam heute! So! Direkt mal im Video erklärt! Muss ich nicht auf Facebook posten! Alles gut! Ich kann nicht schlafen! So! Also! Es geht natürlich, geht es um Roboter in der Geschichte, wie wir es jetzt gehört haben! Und... Ich fand das so cool, dass der Anführer ein Mensch in, äh, Roboterverkleidung ist! Ah, das war nicht schlecht! So! Nehmen wir das ganze Zeug hier mal mit, ne? Und gehen wir raus! Äh, ich hab mich heute auf jeden Fall gewundert, warum der Ton so leise ist! Ich... Ich hab die ganze... Ich war die ganze Zeit gerade am überlegen, als ich gekämpft habe, warum der Ton so leise ist! Und dann ist es mir plötzlich eingefallen... Ah, ich hab vergessen, dass wenn ich Open Broadcast starte, dass der Open Broadcast jegliche andere Sounddefekte runterstellt, sodass sie leiser sind! Naja, gut, passiert! Tut mir leid! Ähm, da waren wir ja drin, ne? Gut, jetzt haben wir das Lagerhaus auch gesäubert! Ach! Stimmt! Hier ist noch ein Gebäudchen, ne? Äh, da hab ich mal reingeguckt, währenddessen ich nicht aufgenommen habe! Da bin ich einmal kurz durch die Stadt gelaufen und hab geguckt, was gibt's hier so Interessantes! Und da hab ich das hier entdeckt! Hey, du! Suchst du Arbeit? Kommt drauf an! Kommt auf die Arbeit an! Du wirst keinen faireren und ehrlicheren Job finden! Wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei! Ich geb dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst! Interesse? Da ist noch mehr drin! Glaub mir! Später bekommst du noch deutlich mehr! Nimm einfach die 50 Kronkorken! Ich brauch schon etwas mehr Informationen! Du wirst mir einfach vertrauen! Ach, Dreck! Die alle! Ähm, übrigens, ich kann jetzt nicht schießen, meine Waffe ist gesenkt, aber... Ich wäre nicht Zero, wenn ich da nicht einen Trick herausgefunden hätte! Man geht ein paar Schritte zurück und wartet auf exakt den Augenblick, wo sie das Türchen öffnet und dann kann man ihr in den Kopf schießen! Was natürlich nicht so gut ist, weil alle dich dann abschießen und du nicht an ihr Loot rankommst! Bin dabei! Genau das wollte ich hören! Gehen wir rein! Ich erzähl dir, worum's geht! Das große Graben! Gut, äh, so hätte man sie auch erschießen können! Wusste ich nicht! Ich wusste nicht, dass sie die Tür aufmacht! Ich hab nur einen Weg versucht, sie zu töten! Nein, ich folge dir nur darunter, um etwas zu trainieren! Sehr witzig! Naja, da unten wirst du jedenfalls reichlich trainieren können! Du wirst ein bisschen graben! Nach was buddeln wir? Vergrabenen Schätzen? So könnte man es nennen! Und nun mal im Ernst! Genug jetzt mit den Fragen! Die anderen beiden sind schon da unten und graben! Hilf ihnen ein bisschen, okay? Die anderen beiden? Ja, ich klaue erstmal ein bisschen! Ja, ich bin gleich da bei dir! Ach, ich kann dich ja gar nicht klauen! Hä? Wieso kann ich dich nicht klauen? Das ist alles gratis! Was ist das für ein Root? Bobbys Terminal? Ja? Hä? Bist du verbuggt? Er kann sich nicht hinsetzen! Das Terminal, es ist verbuggt, Freunde! Achso, es ist wahrscheinlich... Terminal irgendwo... Bullshit! Freunde, es ist grausam! Man kann sich hier nicht hinsetzen! Dreck! Vielleicht gibt es hier noch ein zweites Terminal mit ein bisschen Glück! Das ist ja eine richtig fiese Nummer! Gehen wir höher! Aber es geht nicht höher! Ach, verdammt! Weißt du, gerade bei so einer interessanten Quest! Kennt ihr diese Quest? Habt ihr auch das Problem mit dem Terminal? Naja... Gut, schade eigentlich... Auf was wartest du noch? Ich geh erstmal schlafen! Fang an zu graben! Auf was wartest du noch? Ja, ist ja gut! Fang an zu graben! Ich kapariere lieber deinen Terminal! Oh, danke, Köter! Danke, danke! Aber wo gräbt sie sich denn hin? Was ist das? Was ist das? Oh... Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Hast du was gehört? Da ist alles voller Meier-Alerts. Scheiße! Robi kann sich den Auftrag sonst wo hinstecken. Viel Glück da unten. Neuer. Das könnte problematisch werden. Ah, das bekomme ich ordentlich Munition. Für so einen Fall habe ich extra diese Waffe. Wie bitte, was? Ich habe mich erst mal verletzt. Ich habe ihn dem Panzer weggeschossen. So, wie sehen die Majoloks aus? Oh, nicht so gut ohne Panzer. Würde ich glaube mal behaupten. Naja, okay. Gut, dass ich so viel Munition dafür gekauft habe. Aber trotzdem sollte ich sparen. Und was genau suchen wir hier? Das hier? Nein. Ah. Was will sie hier? Vor allem, wie kamen die Majoloks zu irgendwas zu essen? Die waren hier eingesperrt, oder? Das hat irgendwas mit dieser Maschine zu tun, denke ich mal. Hm. Vor allem, ich komme an und die Grabungen sind vorbei. Easy Job. Easy Job. Was ist in meinem Tunnel los? Ähm. Deine Männer sind abgehauen, als sie die Majoloks da drin gesehen haben. Ach, echt? Danke für diese tolle Neuigkeit. Tja, und du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt mein neuer Waffenexperte. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen. Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Wer ist dieser Typ? Er ist genau der Richtige, um die Sache zu beschleunigen. Mag technische Spielereien, Geld und sonst eigentlich nichts. Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin. Was? Hä? Hm? Ich, äh, was? Ich bin verwirrt, Freunde. Das eskaliert ganz schön schnell, oder? Hä? Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir da suchen. Aber das ist verdammt spannend. Deswegen werden wir das hier zuerst machen. Was suchen wir da, Freunde? Was suchen wir da? So. Dann würde ich sagen, ähm... Diamond City, ne? Oh Gott, wo war das nochmal? Es fängt schon an, Freunde. Ich habe zu viele Sachen aufgetickt. Äh, Diamond City muss ja hier irgendwo gewesen sein, ne? Diamond City Markt. Dann bin ich mal gespannt, was die, äh, Olle von mir möchte. Oder was, wen sie da mitnehmen möchte. Stehen auf dem Spiel da rein. Vielleicht ein neuer Gefährte, den wir da freischalten. Mal wieder. Ach, übrigens haben wir, äh, gestern im Stream noch, äh, eine vergessene, äh, Wackelpuppe genommen. Äh, die war in diesem großen Gebäudekomplex, wo ich die Drogen genommen habe, um den Typen zu erschießen. Auf einer Statue auf dem Kopf hat man im Video auch gesehen. Und das haben wir kurz geholt. Ja, ich bin hier, du? Was machen Sie? Was willst du damit sagen? Nani ishimasu kaha? Erzähl mir einen Witz. Nani ishimasu kaha? Nein, danke. Erschießt du Leute, Mister? Mein Papa sagt, dass fremde Leute erschießen. Na, ich erschieß dich gleich. Na, siehst du's. Wo ist die Triller? Sie ist in einem Stück wieder rausgeschafft. Wahrscheinlich mit dem, was sie gesucht haben. Denfalls, vielleicht zieht sie jetzt ja mal... Der Weg zur Freiheit, nein. Das große Graben, da. Du wirst dich schon daran gewöhnen, dass die Diamond City Sicherheit nutzlos ist. Ignoriere sie einfach so wie ich. Da bist du ja. Ich hab mich schon gefragt, ob du noch kommst. Ja, ich bin's. Ich muss mein Gesicht hier verstecken. Leute wie ich dürfen hier nicht sein. Also, kommen wir zum Geschäftlichen. Diese riesige Glaswand, die da über Diamond City thront, ist das Büro des Bürgermeisters. Die meisten wissen nichts davon, aber darunter befindet sich ein Tresorraum. Der Bürgermeister hockt mittendrauf. Das ist unser Ziel. Der Typ hat es nicht anders verdient, wenn du mich fragst. So wie er meine Leute behandelt, hat er vielleicht noch was Schlimmeres verdient. Okay. Was ist da drin? Kronkorken, Medizin, Nahrung. Genug, um die Stadt am Laufen zu halten. Es sind Sachen, die wir wollen. Sachen, die jeder will. Wenn du mitmachst, wirst du schon deinen Teil bekommen. Okay? Also, was sagst du? Sollen wir die kleine Party hier etwas vergrößern? Ich hab meinen Typen für Technik ausfindig gemacht. Sein Name ist Mel. Und er ist hier in Diamond City. Der Typ kann für jedes Problem das richtige Spielzeug herstellen. Das Ding ist nur, er sitzt gerade etwas fest. Du musst ihn rausholen. Ich kann mit meinem Gesicht nicht einfach bei der Diamond City Sicherheit aufkreuzen. Selbst mit Maske nicht. Hm. Erzähl mir mehr über das Büro der Security. Waren früher mal umkleiden. Und das riecht man auch. Das ist kein Hochsicherheitsgefängnis. Und es wird auch nicht schwer bewacht. Kein Problem für jemanden wie dich, oder? Knack ein Schloss, klau einen Schlüssel, bestich eine Wache. Das Übliche. Hol ihn einfach da raus. Geht klar. Da waren wir ja schon mal drinnen. Das heißt, wir kennen uns da schon ein bisschen aus. Aber ich glaube, da war niemand drin das letzte Mal, oder? Oder war es doch? Und er wollte nicht mit uns reden. Irgendwas war da doch. Irgendwas, Freunde. Und jetzt wissen wir auch, es geht um ein Tresor unterhalb des Bürgermeisters. Das Einzige, was mich da ein bisschen stutzig macht, ist, dass der Weg von Good Neighbor bis hierher ein bisschen länger ist, als diese paar Zentimeter, die sie in den Raum haben. Wenn du mich weiter zu anglotzt, könnte ich auf die Idee kommen, dass du ein Synth bist. Ich habe dir nicht mal geglotzt, sagt der Typ, der Typ ist da. Ich guck mir nur die Lampe an, die ist schön hell. Was zum Teufel machst du da? Ich guck mir die Lampe an. Siehst du das nicht? Hast du so einen Schlüssel bei dir? Den bekomme ich nicht daraus? Moment. Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Das Dagger hat gute Angebote. Da ist ein Terminal. Achso, für die Polizei. Mal hier. Kann ich dir helfen? Ich hörte, du wärst so eine Art Tech-Experte. Richtig gehört. Vielleicht ist Tech zu allgemein. Ich stehe auf Roboter. Nicht so wie du denkst. Aber ich komme gut mit Maschinen, klar. Warum? Brauchst du meine Hilfe? Kommst du oft hierher? Es heißt doch, dass man ganz besondere Personen da trifft, wo man es am wenigsten erwartet. Also, warum bist du hier? Du willst was von mir, richtig? Ich werde dich da rausholen. Dann solltest du es aber nicht so rausschreien, dass jede Wache in Diamond City es hören kann. Was ganz anderes. Es gibt da hinten eine alte, kaputte Protektron-Einheit. Ich sollte für die Wachen einen Blick drauf werfen. Aber das war eine harte Nuss. Konnte nichts machen. Zu gut geschützt. Mel. Mel hier. Kann ich dir helfen? Ich werde dich da rausholen. Nein. Ist gut. Ist gut. Ich sollte für die Wachen einen Blick drauf werfen. Äh. Es ist ein bisschen blöd, ne? Ich kann es eigentlich nur aufknacken, aber die sehen mich. Ich meine, sobald das Ding offen ist, ist es sein Problem. Und nicht mehr meins. Sauer. So wird das was, Freunde. So wird das was. So. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr an die Wissenschaft setzen für die Terminals. Egal, wir haben genug Herklammern. Ich mache mir da keinen Stress. Hm. Geschafft. Lass uns hier einfach verschwinden. Oh, die Wochen interessiert sich den Scheiß dafür. Cool. Somit haben wir unseren Sicherheitsexperten. Und mal gucken, was er damit so anrichten kann. Ich glaube, wir fangen irgendwas mit dieser Maschine an. Kannst aber doch nicht so erläutern. Mel. Tja. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Du bist also Bobbys neues Spielzeug. Ich bin kein Spielzeug. Ja. Bobby weiß, wie man die Leichtgläubigen auswählt. Gott. Die Frau ist sowas von ungeduldig. Ich habe ihr ja keine lebenslange Strafe abgesessen. Was? Sie konnte nicht mal einen Tag warten? Wie sieht der Job aus? Ein Tag? Gott, Bobby. Äh. Hast du schon mal mit Bobby gearbeitet? Ich weiß auf jeden Fall, dass sie nicht zu den Vertrauenswürdigsten gehört. Das Team ist vielleicht ein anderes, aber bei jedem Auftrag gibt es die gleichen kryptischen Anweisungen. Da melkt man eher einen tollwütigen Jaoguai, als eine offene Antwort von Bobby zu kriegen. Bobby kann dir die Einzelheiten erklären. Klar, weil ich auch so viel aus ihr rauskriege. Bobby ist zwielichtig. Aber letztendlich bezahlt sie immer. Dann packe ich wohl mal zusammen und gehe zu ihr. Okay. Trifft die Gang bei der Grabung. Meine Gang, Freunde. So. Das ist schon ein hartes Stückchen bis dahinten, aber gut. Wieso auch nicht? Ja gut, Freunde. Dann müssen wir dabei leider jetzt langsam die Folge beenden. Ich hätte gerne noch 5 Minuten länger gemacht, um zu gucken, was da drüben jetzt abgeht. Aber ich werde das Ganze jetzt zusammenschneiden. Ein bisschen lauter schneiden, dass ihr auch ein bisschen was vom Radio hört, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns morgen bei einer neuen Folge wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Tschüss.